Ein neuer Tag beginnt. Der Milchtag. Ein Tag auf den niemand verzichten sollte, weil er so gut tut. Er hilft mit ihrem Körper zu entlasten, ohne dass sie dabei auf richtige Stoffe wie Calcium, Phosphor oder Eiweiß verzichten müssen. Der Milchtag macht Spaß. Tag für Tag. Glas für Glas. Un nouveau jour se lève. Le jour du lait. Nous devrions tous en profiter. Un jour de trev pour notre organisme. Sans renoncer aucune substance essentielle, tel que Calcium, Phosphor ou Proteine. Le jour du lait. Nous met de bonne humeur. Jour après jour. Ver après verre. Comincia un nuovo D. Il Latte D. Un D del quale tutti dovrebbero approfittare perché ci fa tanto bene e ci aiuta ad alleggerire il corpo. Pur senza rinunciare a sostanze essenziali come Calcio, Phosphor o Proteine. Il Latte D. Ci fa stare allegri, giorno per giorno, bicchiere per bicchiere.